Mahlzeit ihr Schlingel und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Red Dead Online und willkommen in New Hanover. Hier sind wir jetzt gerade, wir sind jetzt in einem anderen Staat und ich bin hier gerade im Saloon und harre so der Dinge, die kommen. Und ich habe mir die Bounty Hunter Lizenz, habe ich mir gekauft, also die Kopfgeldjäger Lizenz. Das heißt also, wir können jetzt Verbrecher jagen und die eben als Wanted Dead or Alive, man kennt das ja, die dann eben halt einfangen und ins Gefängnis bringen oder sie halt eben nicht mehr atmen zurückbringen, dann müssen sie auch nicht mehr ins Gefängnis. Das ist natürlich, ja, wie man es dreht und wendet, bringt man sie lebend zurück, kriegt man mehr, als wenn man sie tot zurückbringt. Das sollte natürlich klar sein und dafür könnt ihr dann an diese Wände hier dran gehen, an die Steckbrieftafeln und dann gucken wir mal, was es hier jetzt heute alles gibt. Wir haben hier immer drei Stück zur Auswahl. Einmal haben wir hier The Camessa Witch. Da können wir ja mal lesen, was die gute Frau so getan hat. Tod oder lebendig, die Hexe von Camessa. Der Name und das Alter dieser Frau sind nicht bekannt. Man glaubt, dass sie in der Nähe des Camessa Rivers aufgewachsen ist. Sie wurde allerdings auch schon in New Austin gesichtet. Ihr Vorgehen ist unbekannt, aber ihre Opfer ausschließlich junge Männer. Erleiden das Schicksal einer katatonischen Starre nähern sich ihr vorsichtig, nähern sie sich ihr vorsichtig, genau. Deutsch ist heute wieder on point, man merkt das. So, dann haben wir hier Leo Summers gesucht, wegen fahrlässiger Brandstiftung, bei welcher der Hof seines Nachbarn abbratte, dessen gesamter Besitz vernichtet wurde und sein jüngstes Kind ums Leben kam. Oh, das ist natürlich nicht schön. Und, oh, wen haben wir da? Wanted Dead or Alive. Der Gouverneur von New Austin gesucht, eine Belohnung wird bezahlt für die Ergreifung und Übergabe tot oder lebendig. Red Ben Clemson, ohne Namensvetter, von der berüchtigten Red Ben Bande. Clemson ist ein ruchloser Zugräuber und Mörder. Zuletzt gesehen in New Austin. Kopf der Red Ben Bande. Bekannter Scharfschütze trägt gerne maßgeschneiderte Anzüge, zu jeder Zeit bewaffnet und gefährlich. Okay, das klingt natürlich sehr interessant und da wir das jetzt hier zum ersten Mal machen, machen wir hier nicht Dead or Alive, sondern so wie es aussieht zu 99,99599% Dead und nicht Alive. Steckbrief, weil es vielleicht ein bisschen einfacher ist. Wir nehmen das jetzt mal an. Also ist einfach Steckbrief auswählen, ist dann Enter drücken. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist natürlich so eine Sache. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob es da jetzt ein Zeitlimit gibt oder ob das, ne, ob man da so lange Zeit hat, wie man möchte. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, das muss man ja erstmal wissen. Und ob wir da jetzt erst irgendwo hinreisen müssen oder ob das, oh ha, da sind sie. Red Ben Clemson. Dress ist, wie er auf der Weg zur Kirche ist. Er macht, wie er nie gehört hat, eine Sermin. Robben auf trains, eine dieser Unternehmen wird ein Preis auf deinem Kopf, oder vielleicht all of sie. Er ist ein Hörer für ein paar Leute, ein Villain für andere, und wahrscheinlich irgendwo in zwischen. Hey, this might interest you. A fella he used to run with lost his leg, became real bitter with it. He's got his self a vested interest in Ben's demise. Meet him over at Mercer Station, he might tell you where to go. Okay. Das ist ja mal eine coole Sache. Begib dich zur Kontaktperson. Da ist er also anscheinend jemandem schon auf die Füße getreten. Der natürlich jetzt ein persönliches Interesse daran hat, den, äh, den Kalt zu stellen. Was man natürlich auch verstehen kann. Natürlich gespannt, wo der Gute her ist. So. Sollte hier in diesem Gebäude drin sein. Ja, da sitzt er auch. Gut. Genau. Okay. Finde den Zug. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. So. Da müssen wir jetzt noch gut... Finde den Zug ist natürlich jetzt auf die Art und Weise nicht schwer, dass man jetzt nur den Gleisen nachlaufen oder nachreiten muss. Laufen wird man natürlich auch, aber wir reiten natürlich. Aber wir wissen natürlich nicht, wie weit der schon weg ist, weil er ja nun mal schon gesagt hat, dass wir uns beeilen müssen. Deswegen bin ich echt schon gespannt. Und ich frage mich, wie wir auf diesen Zug kommen sollen. Weil der wird nicht anhalten, dass wir einsteigen können. Okay, ich hoffe jetzt mal, dass wir da richtig sind. Die Stamina vom Pferd geht natürlich jetzt auch flöten. Wir haben Gott sei Dank keine Zeitbegrenzung. Das ist schon mal das Gute dabei. Wir machen mal eben kurz die Dings aus. So, hier in diesem Gebiet muss auf jeden Fall irgendwo der Zug sein. Deswegen müssen wir da jetzt mal gucken. Dass wir den irgendwo finden. Da ist auf jeden Fall schon mal mehr Zug. Bleibt mal da stehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was mit dem da ist. Ob der zu der Truppe jetzt mit dazugehört. Der Zug steht auf jeden Fall da. Und der Zug fährt auch, glaube ich, gerade weiter. Ich hoffe jetzt ganz einfach mal, dass der Kerl uns in Ruhe lässt. Und wir irgendwie auf den Zug noch aufspringen können. Falls wir das hinkriegen. Ah, die stehen natürlich alle... Ja, durchsuche den Zug nach Red Band, Klebsen. Ihr seid ja echt voll gut. Wie kommen wir denn da drauf? Okay, so kommen wir da drauf. Kannst du mal bitte in Deckung gehen? Das ist total nett von dir. Ich muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, der ist weg. What the? Das war natürlich jetzt doch schon irgendwie klar, dass die natürlich auch auf dem Pferd bleiben. Ja, sauber, würde ich sagen. Das passt jetzt natürlich wie die Faust aufs Auge. Gerade auf dem Zug drauf und die ersten Gegner erledigt und das Spiel säuft ab. Sehr gut. Klar, kann passieren. Kann man nichts dran machen. Ist nun mal so. Ja, dann werden wir uns, glaube ich, mal angucken, ob wir da vielleicht doch noch was machen können. Das war natürlich jetzt echt eine Runde suboptimal. War natürlich jetzt nicht so gut. Schade, schade, schade. Hätte klappen können. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das Kopfgeld jetzt noch da ist oder ob das jetzt weg ist. Ich denke mal, dass das jetzt weg sein wird. So ein Glück haben wir wohl nicht. Kann man da drüber. So, gucken wir mal. Nee, das ist natürlich weg. Super. Was haben wir denn hier noch? Peter Richter. Gesuchfegen unbezahlter Schulden in drei Staaten und der Mordung eines Rechnungsprüfers. Äh, okay. Guck, wir nehmen den einfach mal. Jetzt sag bloß, ich kann den jetzt nicht. Ah, die Mission beginnt bald. Okay. Wollte jetzt schon sagen, Kinder, da kann ich doch nichts für, wenn das Spiel hier so, weißt du, absäuft und so. Zuh. Bin immer gespannt. Ah, guck, Geldjäger. Fange Peter Richter. Tod oder lebendig? Jo, dann probieren wir das jetzt mal. Beobachte unbemerkt die Gegend und warte auf die Zielperson. Liefere sie lebendig ab, um die volle Belohnung zu halten. Tod ist sie weniger wert. Ja, das ist ja jetzt klar. So, jetzt gucken wir auf jeden Fall erstmal auf die Karte, wo wir überhaupt hin müssen. Okay. Da hin, also würde ich mal sagen, setzen wir uns mal, ähm, hier einen Wegpunkt. Damit wir eben halt, ähm, ein Stück davor noch stehen bleiben. Ich glaube, wir reiten jetzt auch mal querfeld ein. Wenn das funktioniert, ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht klappt das, ja. Kann natürlich auch sein, dass wir es wieder voll, jo, wieder voll vor den Bergen stehen. Ich hasse das, ehrlich. Okay, können wir hier irgendwie rum? Komm, unser Pferd schafft das. Joe Brown schafft das. Joe Brown ist der Beste. So, seid ihr. Joe Brown. Joe Brown bringt das. Ah, hier kann man echt, hier kann man sehr gut jagen, sieht man gerade. Oh, hier kann man sehr, sehr gut jagen. Sehr schön. Da werden wir auf jeden Fall Spaß haben. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt erstmal bei dem Wegpunkt dann angucken, wie wir es machen. Ich hoffe natürlich jetzt, dass der jetzt, äh, ja, ob der jetzt alleine ist, keine Ahnung. Oder ob der jetzt vielleicht noch Freunde mit dabei hat. Das kann natürlich auch sein. Oh, ho, 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 Vorsicht. Ach, doch, hier kann man aber, oh, doch, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ein bisschen querfällt ein, muss sein. Okay, das ist ein Schlot. So, ich glaube, hier werden wir mal... Hier werden wir mal stehen bleiben. Nehmen wir mal das Messer, wenn es vielleicht, äh, ne? Man weiß es ja nicht. Begib dich zurück. Die Zielperson könnte fliehen, wenn die Gegner alarmiert werden. Halte dich versteckt und passe auf, wann die Zielperson ankommt. So, die Zielperson könnte jetzt natürlich im Zug sein. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Deswegen gucken wir jetzt erst mal, dass wir hier so ein bisschen versteckt bleiben. Wir hoffen natürlich auch mal, dass uns hier keiner sieht. Ich glaub's nicht. Das war natürlich jetzt ein Griffings-Blo. Wo ich aber ehrlich gesagt schon wieder nicht weiß, wo der überhaupt herkam. Ja, ist klar. Du hast auch einen an dem Möpfe, wa? Jetzt müssen wir auf jeden Fall erst mal ein bisschen in... ...deckung bleiben. Das sind ja gar nicht viele. Das war knapp. Irgendeiner versucht sich aber auch wirklich immer von hinten anzuschleichen. Oh, das wird knapp. Jetzt müssen wir aber mal kurz was futtern. Sonst sind wir nämlich gleich, äh, ziemlich weg. Was? So. 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 Ich habe den auch erwischt. Das ist natürlich jetzt suboptimal gewesen. So hatte ich mir das natürlich jetzt nicht vorgestellt. Ich habe jetzt natürlich auch keine Zeit, hier noch die stundenlang zu looten. Wo ist der Kerl? Nie und nimmer. Wir müssen ja auch noch zurück. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was passiert, wenn wir ihn jetzt abknallen. Dann ist es doch normalerweise egal, ob der... Ne? Ich glaube, da ist er. So, das, was ich jetzt aber nicht glaube, ist, dass wir den noch rechtzeitig zurückkriegen. Das glaube ich nicht, dass wir... Ach doch, wir haben jetzt wieder 10 Minuten. Okay. Gucken wir mal. Das könnte dann natürlich doch hinhauen. Mal kurz gucken, wie weit das jetzt weg ist. Ja, und es war natürlich auch wieder klar, dass wir natürlich wieder die Leute am Arsch haben. Ich hoffe, dass wir die nicht abgelehnt kriegen. Oha. Ui, der, der, hei, der Witzker, der war knapp. Der war knapp. Okay, ich steige ab, komm. Lad nach, lad schnell nach und guck nicht so lange. Und wie oft muss ich den Kerl noch treffen? Und ich bin gleich so gut wie tot. Wo ist mein Pferd? Da ist er. So, ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt haben, bis die nächsten kommen. Oh, hoffentlich schaffen wir das. Da war auch immer sofort ein ganzer Arsch von Leuten dann hinter dir her ist. Weg, 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 weg. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir dafür kriegen. Tut mir jetzt leid um den Kerl, den ich da jetzt gerade umgehauen habe. Das war natürlich jetzt nicht die feine Englische. Wollte es gerade sagen. 165. Okay. 165 an die Fee gekriegt. 200 Kopfball, 200 XP. Nicht schlecht, okay. Das ist natürlich mal nicht verkehrt. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade wirklich irgendwas genommen, was nicht so super war, glaube ich, hier. Und das lädt sich jetzt noch langsam wieder auf. Heidewitzka. Ja, das war ja jetzt, ich habe meinen Hut verloren. Ganz toll. Klasse. Wie jetzt voll schnieke. Nur weil sie mir da, was weiß ich was, fast den Arsch weggehauen haben. Gemischtwarenladen, ein paar Bier. Ich gehe mal davon aus, dass hier nirgendwo wirklich, äh, ist nur ein Stall. Gemischtwaren. Ist im Gemischtwarenladen vielleicht? Kriegt er einen neuen Hut? Man weiß es nicht. Gucken wir mal. Na, klasse, ehrlich. Aber auf jeden Fall geschafft. Klar, tot hätten wir lebendig, hätten wir mehr gekriegt. Aber, das war gerade so ein, äh, Gefuchtel. Gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwo einen neuen Hut erkriegen. Ah, hier wird noch gebaut, okay. Auch cool. Warten wir mal eben kurz einmal hier rum. Das sieht ja cool aus. Okay. So, können wir hier, hier können wir doch unser Pferd. So, machen wir das Pferd mal hier feste. Und dann gehen wir mal in den Laden rein. So, wo ist denn da, ist der Eingang? So sieht das aus. So, ähm, Kleidung mal bitte eben. Ich will wieder einen Hut. Ohne Hut geht es mir nicht gut. Ganz schön teuer hier, Kinders. Wollte ich ja jetzt nochmal so gesagt haben. 120 Dollar für nochmal. Was habt ihr denn für Wucherpreise? Nee. Das könnt ihr euch ja mal von der Backe putzen. Das gebe ich nicht aus. Da bin ich, äh, doch eisern. Das meine ich. So. Da gucke ich mal lieber. Ach cool, so geht das. Ach, man kann auch so hier eben. Okay. Das ist natürlich auch geil. Premium Zigaretten. Dosen Pfirsiche. Dosen Pfirsiche ist vielleicht gar nicht mal verkehrt. Ich glaube, wir gehen doch mal eben so ein bisschen einkaufen. Äh, Dosenlachs. Ja, wieso nicht? Ein bisschen Fisch ist ja auch mal ganz gesund. Ne? Man kennt das, ja? Was haben wir hier? Pomade. Äh, nö. Um Haar geht's gut. Ist okay. Was haben wir denn hier noch? Ein paar Möhren fürs Pferd wären natürlich auch nicht verkehrt. Klassischer Haferplätze. Ach, komm, warte mal. Haferplätze sind noch gut. Sind zwar ein bisschen teurer, aber für mein Pferd ist mir natürlich, äh, nichts zu teuer. So. Warum regnet das eigentlich immer? Muss das in diesen Spielen immer regnen? So. Kann ich denn jetzt diesem netten Pferdchen hier auch was zu füttern geben? Erstmal eine Möhre jetzt. Wenn der erst mal was zu füttern kriegt. Ach. Die Hopperhut dabei. Ja, ist natürlich auch nicht schlecht. So. Jo, dann würde ich mal sagen, wo ist eigentlich, äh, unser Lager? Ja, unser Lager ist natürlich, äh, ganz woanders. Da müssen wir natürlich mal gucken. Boah, ist das anpissen. Hilfe. Ist nicht irgendwo ein Salu. Sprühregen hier. Boah, nix wie weg. Nix wie weg. Du kannst Wasser ab. Wie ist ja, Natur und so, weiß ja. Ich nicht. Boah, nix wie weg. So. Ich denke mal, die werden friedlich sein. Ah. So, mal ein paar Mandeln zu essen. So, kann man hier mal irgendwo was zu trinken kriegen? Sohleier. Och, nö, hör mal, lass mal. So, Barkeeper. Ein Bier für 50 Cent oder einen Whisky für 50 Cent? Ja, da knall ich mir auch glatt mal einen Whisky in den Kopf. So, perfekt. Ist aber eigentlich alles ganz friedlich hier, okay. Kann man sich auch irgendwo hinlegen? Ist abgeschlossen. Ah, hier geht's raus, okay. Ja, gut. So, dann würde ich mal sagen, ich werde mich jetzt hier noch gemütlich bei einem Pokerspiel äh, werde ich den Abend jetzt noch ausklingen lassen, ne? War ja ein harter Tag heute, aber gut, was gemacht. Äh, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Wenn ihr irgendwelche Ideen verrettet und dann habt, dann immer raus damit. Und, äh, ich freue mich natürlich schon auf Dezember, wenn sich die Jungs dann endlich das Spiel auch geholt haben und wir dann vielleicht auch, wenn es dann endlich hinhaut, einen eigenen Server hosten können. Extra für Red Dead Redemption 2. Das wäre natürlich richtig cool, aber da müssen wir dann halt gucken. Die Infos dazu kommen noch. Ich danke euch auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Was in die Kommentare schreiben, wäre auch super. Und ich sag mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.